Soll ich dir mal mein Geheimnis wunderschöner Begonien verraten? Selbstbewässerung. An dieser kleinen süßen Begonie kam ich einfach nicht vorbei. Die Pflanze war allerdings super gut bewurzelt und die Erde ging einfach fast gar nicht ab. Nach gefühlten Stunden kam ich endlich voran und die Erde ging ein bisschen ab. Den Rest der Erde habe ich mit Leitungswasser abbekommen. Jetzt kommen die Pflanzen in ein 13 cm Selbstbewässerungssystem mit meinem mineralischen Mix. Den Topfboden bedecke ich schon einmal und nun kann auch direkt die Pflanze in den Topf. Was ist das für eine schöne Pflanze? Aber da fehlt noch was. Ich muss noch das Substrat spülen. Das Restwasser bitte nicht wegschütten, das kannst du noch anderen Pflanzen geben. Bei Begonien habe ich beste Erfolge erzielt, wenn ich direkt zu Beginn des Reservoirs bis zur Hälfte befülle. Jetzt muss ich nur noch die Pflanze wundervoll entwickeln. Folge mir für mehr!